So, Fabi Roth, Seitensteckerhalle. Fabi, warst du noch weiter weg? Jetzt geht's gleich los, erste Runde. Centercore kriegst du normalerweise nur fürs Finale. Wie ist es so, nach zwei Jahren wieder in der Seitensteckerhalle zu haben? Fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Ich freue mich. Erstes Turnier seit langem. Also, ja. Im Bestes zu gehen. Die Bundesliga hast du schon ein bisschen gespielt. Ich hab ein bisschen gespickt natürlich. Warst dann auch da schon sehr erfolgreich. Hast du eine Zielstellung oder sagst du einfach nur, dass man mit dieser Halle wieder vertraut und durchkommt? Ja, ich bin erstmal froh, dass ich wieder spielen kann. Im Verletzungsfall bin. Deswegen hab ich mir da jetzt keine großen Ziele gesetzt. Ich schau erstmal, dass ich im Spiel spiele. Von Runde zu Runde. Wenn ihr ihn heute sehen wollt, 11.30 Uhr, Centercore. Der spielt da Fabi Roth. Schön, dass du wieder da bist. Viel Spaß.